Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal und heute geht es um Riverboat. Bei Riverboat verschiffen wir unsere angebauten Feldfrüchte mit Flussbooten. Riverboat ist ein Spiel vom Autor Michael Kießling mit Illustrationen von Clemens Franz. Es ist für zwei bis vier Spiele ab zehn Jahren, dauert circa 90 Minuten und bei Lookout-Spieler erschienen. In der Schachtel befinden sich einige Tableaus, jede Menge Plättchen und Karten. Jeder Spieler erhält ein eigenes Tableau, welches ein zu beackerndes Feld zeigt, sowie eine Hafenleiste als Bootsteg. Man erhält eine gelbe Hafenmeisterfigur, 13 weiße Arbeiter, zwei grüne Gutachter und drei graue Münzen. Die beiden Spielpläne kommen in die Mitte. Ganz oben werden sortiert die Flussboote ausgelegt. Darunter kommen weiße Arbeiter als Rundenanzeiger und eine Auslage von vier günstigen Gelegenheiten. Auf dem anderen Plan findet sich die Punkteleiste und die Auslage der Ackerfruchtplättchen. Ganz unten werden die fünf Phasenkarten ausgelegt. Weiteres Spielmaterial wie die Gebietskarten, Münzen, Brunnen, Scheunen, Gutachter werden an der Seite bereit gehalten. Jetzt kann es losgehen. Riverboat wird über vier Runden gespielt. Zu Beginn jeder Runde wird die Auslage wieder aufgefüllt. Der Startspieler beginnt, indem er sich eine Phase aussucht. Dann nimmt sich jeder reihum auch eine, bis alle Phasen verteilt sind. Für den Besitzer jeder Phasenkarte gibt es später einen gewissen Bonus. Nun werden die Phasen nacheinander gespielt. Jede Phase beginnt der Spieler, der sich das entsprechende Phasenplättchen genommen hat. In Phase 1 erhält man als Bonus den weißen Arbeiter vom Spielplan. Dann werden acht Gebietskarten aufgedeckt und die Spieler setzen immer einen weißen Arbeiter auf ein passendes freies Feld ihres Tableaus. In Phase 2 gibt es als Bonus eine Münze und die Spieler suchen sich abwechselnd Ackerfruchtplättchen aus der Auslage aus, die unter Feldern mit weißen Arbeitern bei ihnen passen. Unter jeden Arbeiter muss ein Plättchen gelegt werden. In der dritten Phase werden die Früchte verschifft. Hat man zum Beispiel drei Mais mit Arbeitern drauf, so darf man diese drei Arbeiter zurück in den eigenen Vorrat legen und ein Schiff mit dem Wert 3 an den eigenen Steg anlegen. Für die Schiffe gibt es sofort Boni, wie zum Beispiel Schritte für den Hafenmeister, Punkte oder auch Scheunen oder Brunnen, die auf das eigene Tableau gelegt werden. In Phase 4 sucht man sich eine günstige Gelegenheit aus. Dies sind quasi eigene Punktewertung. In der letzten Phase wird gewertet. Man kann zwei bzw. drei eigene Gutachter einsetzen. Dabei kann man entweder eine eigene günstige Gelegenheit, Scheunen oder Brunnen werten. Brunnen punkten für große Gebiete gleicher Frucht, während Scheunen für angrenzende Früchte der gleichen Sorte punkten. Bei Gelegenheiten gibt es Verschiedenes. Verschiedene Boni erlauben einem auch das Schicken von Arbeitern nach New Orleans. Diese erhält man nicht zurück. Sie punkten aber während des Spiels stetig und schließlich bei einer großen Schlusswertung. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Ja, Riverboat ist ein Spiel ganz nach meinem Geschmack. Ich finde es echt super, wie das Ganze austariert ist, wie man sich gegenseitig so ein bisschen die Phasen wegnimmt, die Teile wegnimmt. Also es ist viel Interaktion da und trotzdem ist es ein sehr strategisches Spiel. Man guckt, worauf man baut mit den Punkten. Ob man hier seinen Hafenmeister weit vorlaufen lässt, damit man da die volle Punktzahl abgreifen kann. Oder ob man viele nach New Orleans schickt, weil es hier eine sehr starke Entwertung gibt. Oder ob man versucht, hier irgendwie möglichst viele Teile, Bereiche voll zu bekommen. Oder, oder, oder. Also hier gibt es sehr viele Dinge, auf die man sich konzentrieren kann. Man kann sich auch auf die Wertungen konzentrieren. Und das gefällt mir richtig gut. Und es spielt alles so ineinander ein. Oder, also es ist wie so verzahnt ineinander. Und das ist richtig cool. Ich mag auch, dass man am Anfang sich Phasen aussucht. Und in den Phasen kriegt man einen kleinen Vorteil und wird Startspieler in den Phasen, sodass es nicht für eine ganze Runde immer einen Startspieler gibt, sondern eben in den Phasen. Das wechselt dann auch. Und auch das ist schon eine ganz wertvolle Entscheidung. In welcher Phase möchte ich anfangen? Möchte ich der Erste sein, der sich für ein Boot entscheidet? Weil es gibt immer nur ein Boot pro Sorte zur Verfügung, jede Runde. Und wenn ich ein weiteres dieser Sorte will, dann muss ich Geld dafür bezahlen. Oder möchte ich mir als erstes Feldfrüchte aussuchen, damit ich hier aus der vollen Auswahl schöpfen kann und mir das nehmen kann, was ich ganz dringend gebrauchen kann? Oder möchte ich mir hier eine, so eine Wertungskarte zuerst aussuchen, damit ich mir hier den Bonus, den ich ganz dringend brauche, abgreifen kann? Also das sind so Entscheidungen, die man ganz am Anfang trifft und die dann auch für diese Runde entscheidend sind. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dadurch entsteht eben auch diese Interaktion. Ich gucke, okay, was würdest du vielleicht machen? Kann ich dir noch was wegnehmen? Oder wer kann alles auch außer mir so sich so ein Sechser-Boot holen? Oder bin ich eh die Einzige, dann hole ich mir erst ein anderes Boot, weil das Sechser kriege ich auf jeden Fall. Und so, also das ist wirklich cool und spannend und das Spiel macht mir unglaublich viel Spaß. Und es gibt eine Sache, eine Einzige, die ich nicht gut finde. Und zwar ist es ganz am Ende, gibt es ja an zwei Stellen so eine Art Mehrheitenwertung. Also hier ist es eine echte Mehrheitenwertung. Wer die meisten Leute in New Orleans hat, kriegt 20 Punkte. Wer die zweitmeisten hat, 10. Und dann gibt es noch die Wertung, wessen Hafenmeister am weitesten vorne ist. Der bekommt für jedes Boot die volle Punktzahl, also die, die draufsteht. Alle anderen müssen ihre Boote addieren und durchzweiteilen. Also die bekommen nur die Hälfte der Punkte. Sondern was mir daran nicht gefällt, ist, wenn Gleichstand ist, dann gewinnt derjenige den Gleichstand, der die niedrigere Phasenkarte in der Runde gezogen hat. So, wenn man das weiß und schon merkt, okay, bei mir geht es vielleicht in Richtung Gleichstand, dann hat der Spieler einen Vorteil, der in der letzten Runde diesen Startspielermarker hat und sich als erstes eine Phase aussuchen kann. Der wird sich nämlich die Phase 1 aussuchen und dann weiß er, okay, die Gleichstände kann mir keiner mehr wegnehmen. Und das war bei uns auch schon Spielentscheidend. Aber anderen können sich nicht wehren. Das heißt, es hängt dann in solchen Fällen nur davon ab, wer in der letzten Runde diesen Startspielermarker hat. Und das finde ich irgendwie, das ist so unbefriedigend. Also gerade hier in New Orleans hätte man es ja machen können, dass der Erste und der Zweite, wenn die gleich sind, sich die Punkte addieren und durchzweiteilen. Also dann kriegt nicht einer 10 und einer 20, sondern beide 15. Das hätte ich zum Beispiel gut gefunden. Hier, gut, da hätte man sich auch was überlegen können. Oder wenn beide hinten angekommen sind, ja, also wirklich geschafft haben, viel Mühe reingesteckt haben, den Hafenmeister nach hinten laufen zu lassen, damit man die Punkte kriegt. Wenn das zwei Leute geschafft haben und dann hängt es nur davon ab, ob du Startspieler warst oder nicht in der letzten Runde. Und das kam bei uns halt vor und das ist super deprimierend, wenn du dann nur die Hälfte der Punkte kriegst. Einfach nur, weil du nicht Startspieler warst in der letzten Runde. Das finde ich, hätte man anders machen können, weil das ist wirklich, also das ist sehr ärgerlich. Alles andere an dem Spiel finde ich richtig grandios. Ich finde das toll auch, wie die Wertungen vonstatten gehen, dass man einen Gutachter braucht, um zu werten. Dass man sich gut überlegen muss, wenn man sich ein Gut aussuchen darf. Da kann man einen Brunnen, so eine Hütte oder einen Gutachter eben nehmen. Und dann diese Überlegung, die dann kommt, nehme ich mir jetzt einen Gutachter, damit ich ein zusätzliches etwas werten kann? Oder nehme ich mir hier so einen Brunnen oder eine Hütte, die etwas sind, was gewertet werden können. Allerdings brauche ich für die ja den Gutachter. Und dann muss man halt gut gucken, was wird man perspektivisch noch eher bekommen und so weiter. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Außer eben diese Gleichstandswertung, die ich ein bisschen unschön gelöst finde. Aber ansonsten, grandios, macht mir sehr viel Spaß. Man könnte jetzt vielleicht annehmen, dass das so eins der Spiele ist, wo es einen großen Lerneffekt gibt. Aber wir haben das auch, als wir schon häufiger gespielt haben, mit Leuten gespielt, die es zum ersten Mal gespielt haben. Und die haben gewonnen. Also auch das ist möglich. Es ist ein ganz leichter Glücksfaktor drin, mit diesen Karten, die am Anfang gezogen werden. Ob zum Beispiel dann in der letzten Runde noch die kommen, wo man die ganze Sorte voll machen wollte. Ob die tatsächlich dann auch kommen. Weil dann kriegt man nochmal sieben Punkte, wenn das ganze Ding voll ist. Da ist so ein kleiner Glücksfaktor und vielleicht noch ein bisschen, ob dann hier die Feldfrüchte aufgefüllt werden, die man gerade sammelt. Aber sonst ist es sehr viel offen und alles schon im Vorhinein klar. Und da funktioniert es einfach sehr gut und man kann halt auch gut planen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann hoffen wir, ihr konntet euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.